I want to break free I want to break free Und willkommen zurück zur Bader Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir sollen hoch hinaus Ah, da sind wir doch genau richtig So, hoffe ich mal dass die nicht ballen hier während meiner Aufnahme Weil gerade haben sie kurz geballt Ansonsten wundert euch nicht wenn ich mal kurz stiller bin Damit ihr nicht das ganze Bauern hören müsst Irgendwo da müssen wir lang Bestimmt zu dieser Stadion da oben Aber dann Was läuft mir denn dahinter her Ich soll dir folgen Ja gut Sieht voll cool aus Das grüne Leuchten im Dunkeln Bei meinem Hündchen So Irgendwo hier hinsäumen wir oder? Hier drüber oder so? Ja Hark Hark Scharf Auge Da schläft ihr schon wieder Ach jetzt sind wir wieder unten Ja Jetzt sind wir wieder unten Ja Ja auch wieviel sind sieben Kapitel Aber wir haben sogar schon zwei gemacht Na denn auf zu Part Nummer 3 Hier ist noch ein Schatz siehst du mal Hier ist noch ein Schatz siehst du mal Wohin mal der grad nicht Autorouten wollte Aber egal Ähm So Stimmt Doch nee Da hatten wir eh nicht genug Ne Ne Eines Tages wird es ein echter Schatz sein Ein Kupferwer Oh Weiter geht's Hallo Darf ich hier in ihren Jacuzzi springen? Lasst mich euch die Legende von Hulnhochberg erzählen Vielleicht sollte ich mal Warte mal Ich hab kurz ne Idee Abbrechen Was ist denn wenn ich Audio auf englisch machen Muss ich einmal neu starten Aber vielleicht haben wir dann wieder Sound Das wäre eine Idee Also dass die auch mal wieder mehr reden Weil auf Deutsch gibt es scheinbar nur als Einfangsgebiet Weil die haben ja schon lange nicht mehr mit uns geredet Schauen wir noch mal So da sind wir wieder Und testen wir noch mal ob das jetzt klappt Nein Na der redet trotzdem nicht mit einem Na ja Also den Text hab ich deutsch gelassen Lange Zeit bekriegten sich die Tauerst Kulost Dieses Berge ist zahllose Leben Ganze Stämme gingen verloren Eines Tages kehrte Hulnhochberg von einer jenen Schlacht zurück Und fand sein Volk niedergemetzelt von einem unbekannten Feind Eines Tages als Hulnhochberg von einem jenen Schlacht zurückkehrte Mit seinen Taueringen rief Huln die Anführer der verbliebenen Stämme zusammen Er überzeugte sie davon sich gemeinsam dieser neuen Gefahr zu stellen Und nun lasst mich euch Huln's Prüfungen zeigen Von denen hab ich schon mal gehört Die sagen mir irgendwas So der Name sagt mir was Und die Prüfungen sagen mir irgendwie auch Was gab's die schon mal irgendwo? Hm Vielleicht in der Taurenhauptstadt oder? Ähm Laufshaun Himmelshorn Am Himmelshorn Ich will mir hier ne Quest geben bestimmt oben Ist du schon da? Kommst du grad runter? Ich glaub er ist grad nicht da Doch er ist grad Ok Was will mir das hier oben sagen? Derzeit werden Spieldaten heruntergeladen Cool So vielleicht musst du ja auch erst die Englischen Sprachfiles herunterladen Räune Augen Ähm Die Quest kann ich wohl nicht annehmen oder? Aber irgendwo war hier doch grad noch ein gelbes Hab ich mir eingebildet Ach hier Okay Wo Post? Ich hab keine Post Hier kriege ich noch nichts, ne? Doch da Ach stimmt Grau hieß nur, dass du's jetzt in dem Haus hast Ja May the eternal sun shine upon thee Ah siehst du jetzt redet die so aus Zumindest vermeintlich Entschuldigen sie, ich müsste mal meinen Schrott verkaufen Gab's da nicht so einen Schrottverkauf Button Oder waren das alles addons? Ich dachte das wurde auch so schon mal eingeführt Oder war das das hier? Ne Oder? Ne Hm Naja Hä Jetzt hat er's ungebaut Schuss Frightened Mountain Strider returned Okay Da ist noch einer Dudeh Dudeh Was denn soll das Frightened heißen? Ich hab schon überwundert was soll Frightened heißen Aber jetzt auf Deutsch steht hier verängstigt Ähm, wohin wollt ihr die denn haben? Das wäre mal ne gute Frage. Wollt ihr's die da hinten haben? Hier hab ich doch irgendwo ne Quest angenommen. Ja, hier. Du willst sie bestimmt haben. Was ist das hier? Katapult? Bisschen Hyping. Könnte sein, weil er jetzt die englischen Dateien runternimmt. Also rufen sie. Da oben ist noch einer. Und ne Schätzchen. Cool, was war das? Nix. Sieht das krass aus, so Transmog oder? Das geht. Goldene Schüchen. Und fünf Artefakt macht. Ganze fünf. Wuhu. Dann probieren wir dann, wenn sie dann bleiben. Still? Mh. Das ist ok. Sonst probieren wir uns kurz mal zurück. vor der Tür Kauf dir so spannendes Haustierlein So, dann haben wir da noch irgendeine Quest So, jetzt hat er auch seine runtergeladen hab ihn ja einmal komplett laden lassen damit wir jetzt ohne Lecks durchstarten können indem wir nämlich gleich wieder hier rüber gehen In dem Haus, da ist jemand für uns Hallo The wings guide you Ancestors watch over you What are you waiting for? Why you gotta be so good? Dude Was ist da runter? Da ist auch noch eine Quest da drüben Was soll ich denn hier tun? Moshans Tränen Irgendwas unten sagt er Aber es kann auch runterfahren und dann hier langlaufen sein Was ist das denn? Tränen Moshans Tränen Habe ich doch gar nicht Oder heißt das noch nicht schon eine Quest Doch Jetzt muss ich hin Mh Mh Oh, ähm Was geht denn hier? Tränen wir hier mal kurz Schön abstauben, geht ja mal Ich würde gerne erstmal kurz nach unten Tschüss Kann ich auch einen Achso ich kann doch einfach gleiten Warte mal Die kann ich jetzt nicht äh Aufsammeln Dann nehme ich immer noch Black Dann sind das wohl Trotzdem noch die Server So ich soll da irgendwas aufsammeln Ich wohne nicht So Dann sammeln wir das doch mal auf Achso, die Quest ist auch Blick in die Vergangenheit Ah, jetzt hab ich's gecheckt War nicht der Quest-Name, sondern der Item-Name Ja Jetzt ist oben wieder irgendwas Okay Und da ist im Grunde Where Mop? Where Mop it? Ach, das ist der Nein Ich wollte gerade noch eine Klinge werfen Weil It was too late Ähm Ähm Da draußen Mit den Luftfunken Für Waren zu zahlen Wendet euch an mich Ich wende mich an dich, aber du willst mir nicht mehr reden So, jetzt haben wir da noch was Und da Schon müssen wir ja dahin Habe ich hier Schirkan nicht bekommen Der liegt ja doch schon zweimal Oder ein paarmal Mehr Hast du... Not wenn der Damm Wann 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 Vielen Dank. Das war's. 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 Ah, ich habe dich erwartet.